Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Stefanie. Ich bin Mutter von zwei Kindern, Ehefrau und Pädagogin. Hier auf YouTube spreche ich über Familienthemen von wie kriege ich mein Kind dazu nachts durchzuschlafen, zu liebevolle Beziehungen aufbauen und gesunde Kinder groß ziehen. Meine ersten Playlists sind online und ich würde mich freuen, wenn ihr sie euch anseht.